Hallo zusammen, ich habe hier Ferrero Rocher und das Ding ist zwar abgelaufen, 20.06. Ich habe hier schon mal aufgemacht, ich nehme einfach ein neues. Mal schauen, was wir hier finden. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Jetzt sieht man es, glaube ich, eher. Das Ding ist nicht von einem Wurm besetzt, sondern von einem ganzen Arsenale. Ja, klar, ist abgelaufen, aber ich denke, hier ist sehr viel Protein drin. Wir machen noch eine. Das ist, ich denke, man sieht es jetzt, hier ist immer noch schön Ferrero Rocher. Okay, ich mache das einfach jetzt hier nochmals auf. Ich würde sagen, hier sitzen die Maten im Speck. Die bewegen sich jetzt hier weg. Ja, viel mehr kann ich zu diesem Ferrero Rocher nicht sagen. Ja, essen tue ich die nicht mehr. Und ich nehme nochmals eine. Also, die sieht ja wirklich noch so ein bisschen knusprig aus. Ich packe die jetzt auch aus. Einfach nicht. Dass mir die Viecher hier nicht in die Kamera laufen. Also, hier ist alles Ferrero Rocher. Die gibt mir die Kugel. Ich hoffe, ihr habt schon gegessen, aber nichts Schönes. Ich nehme jetzt ein Messer und schneide die Kugel hier auseinander. Hoffentlich mache ich nicht den Wurm kaputt. So sieht das von außen aus. Also, so war es. Ich wünsche euch. Oder ich lasse euch noch ein bisschen zuschauen, wie die vor sich hin krabbeln.